Guten Morgen zusammen! Es ist wieder ein neuer Tag auf der Farm und ich bin gerade dabei und brate Würstchen und karamellisiere nachher Zwiebeln, weil ich heute Lunches mache. Mal wieder. Jeden Tag. Heute mache ich vier Lunch-Pakete fertig und ich habe gedacht, ihr könnt mich da jetzt einfach mal begleiten. Also viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Deine? Dean, kannst du mich hören? Hallo, wer ist das für? Hey Christine, das ist für Dean. Righto. Dane, kannst du dich hören, Julia? Ja, wir werden dich in den Workshop treffen, in etwa 10 Minuten. Ist das okay? Ja, soll ich mich in den Workshop mit den Lunchboxen fahren? Ja, er wird dich in etwa 10 Minuten sehen. Okay, danke. Wie viel habt ihr jetzt verstanden? Ich habe anstatt gar nichts, habe ich jetzt auf jeden Fall alles verstanden schon mal. Das war am Anfang gar nicht so, weil da habe ich gar nichts verstanden übers Two-Way. Und vielleicht kann ich noch mal eine Aufnahme machen, wenn die Jungs miteinander sprechen, weil das verstehe ich immer noch nicht. Also, bis dann. Hallo zusammen, ich halte mich jetzt wieder zurück aus dem Chuck, Nachdem ich die Lunchboxes abgeliefert habe, durfte ich dann mit aufs Feld und ein bisschen Film mir das angucken und durfte jetzt noch zum Chat fahren und schauen, wie die das hier wieder abladen und fahren dann gleich wieder zurück. Und ja, ich werde nachher einfach mal ein paar Sequenzen für euch einblenden und dann werdet ihr mal so sehen, wie so die Heuernte hier vonstatten geht. Also viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.